Hallo, ich heiße Katie, bin 8 Jahre alt und meine Hobbys sind Singen und Tanzen. Ich bin schon seit 4 Jahren beim Ballett, das macht auch sehr viel Spaß. Hallo, heute möchte ich mit euch die dritte Kerze anzünden. Hallo, ich bin Fenja von den Magikids und heute ist der dritte Sonntag, deswegen zünde ich heute auch die dritte Kerze an. Und ich möchte bei Magikids sein, weil mir Singen und Tanzen so viel Spaß macht. Und übrigens, heute ist ja der dritte Advent. Ich zünde für euch die Kerzen an. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen dritten Advent. Und noch einen schönen dritten Advent. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020